Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungs-Doc und Elisabeth Jessen. Wenn der Körper gegen sich selbst kämpft, dann spricht man von einer Autoimmunerkrankung. Wir sprechen in dieser Folge davon, wie diese Krankheiten entstehen, wie man sie bekämpfen kann. Und was Ernährung vielleicht bewirken kann. Und wir haben außerdem natürlich wieder einen Ernährungsmythos für euch und ein Rezept zum Abschluss. Und wir beantworten wieder eure Fragen. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße hier bei mir im Studio Dr. Matthias Riedl, Ernährungs-Doc und ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg und außerdem Chefredakteur der Zeitschrift Isst Dich Gesund. Und außerdem haben sie auch noch die MyFoodDoctor-App entwickelt. Ja, moin. Schön, dass wir mal wieder schnacken. Herzlich willkommen. Erklären Sie uns erstmal, was sind denn Autoimmunerkrankungen? Also, wenn das Immunsystem des Körpers, das ja dazu da ist, Feinde sich vom Leib zu halten und sofort und schnell zu erkennen und zu attackieren, wenn dieses Immunsystem körpereigene Oberflächen verwechselt mit Feinden, dann attackiert es diese körpereigenen Oberflächen und dort kommt es dann zur Entzündung. Das ist total fatal. Das passiert manchmal, wenn zum Beispiel Bakterien oder Viren ähnliche Antigen, also Oberflächeneigenschaften haben, wie vielleicht im Körper selber. Manchmal stoßen solche Mikroben auch solche Prozesse an. Auf alle Fälle das Ergebnis ist eben, der Körper, das Immunsystem geht mit aller Macht gegen irgendein Gewebe vor. Gegen die Haut, gegen Gelenke beispielsweise oder auch gegen das Herz ganz fatal. Oder gegen die Niere noch fataler, weil die Niere so wahnsinnig empfindlich ist und Entzündung überhaupt nicht gut vertragen kann. Oder die Leber oder die Gallenwege. Letztlich kann der Körper alles Mögliche attackieren, wenn er es mit Fremden verwechselt. Und das ist total schlimm, weil dann in diesen Organen eine chronisch schwelende Entzündung ist. Wenn wir Glück haben, wenn wir Pech haben, ist es eine akute Entzündung, die diese Organe ruinieren. Die gehen dann kaputt möglicherweise. Und ja, was ist die Ursache? Manche neigen dazu. Es sind auch eher Frauen, die mehr Autoimmunerkrankungen, die meisten Autoimmunerkrankungen sind eher bei Frauen vergesellschaftet. Wie zum Beispiel Hashimoto, die Entzündung der Schilddrüse. Das ist eher bei Frauen ganz typisch. Und also die genetische Veranlagung ist schon da. Aber dann gibt es äußere Umstände, die diese genetische Veranlagung zum Ausbruch bringen. Und das ist das Problem. Wir alle haben in uns bestimmte Krankheiten, sagen wir auf Sollbruchstellen. Wie bei so einem Auto, wo man sagt, dieser Wagen neigt halt, sag ich mal, zum, weiß nicht. Der hat ein Schilddrüsenproblem. Der hat ein Schilddrüsenproblem, genau. Also ich bin jetzt technisch nicht so gut drauf. Muss nicht ausbrechen. Muss nicht, kann aber. Also manche Autos sind ja bekannt für ganz bestimmte Schäden. Hinterachsschaden, ganz klasse. Das ist der Jahrgang. Und das ist hier auch so. Und da ist das ganze Leben dann wichtig. Also ist dieser Mensch einer starken Stressreaktion ausgeliefert gewesen? Hat er vielleicht auch im Mutterleib Stress gehabt? Wir wissen diese Auswirkungen nicht ganz. Und wie ist es mit der Ernährung? Hat er eine entzündungsfördernde Ernährung gehabt? Ein entzündungsförderndes Leben mit wenig Schlaf, mit viel Stress, mit vielleicht auch, das muss man sagen, mit Vergewaltigung im Hintergrund. Also das ist ja Folter. Folter beispielsweise bedeutet für den Menschen einen dauerhaften Schaden seiner Psyche, eine veränderte Stressreaktion dann auch. So was kann dann am Ende auch eine Folge sein. Wenn jemand mal gefoltert wurde und er später vielleicht eine Autoimmunerkrankung, das kann bei ihm eine Rolle spielen. Deshalb bin ich auch immer sehr erschrocken, wie Gewalttaten an Menschen doch relativ milde bestraft werden. Und auch so gar nicht, weil der Mensch sitzt da und ist noch gesund. Aber sein Inneres, seine Psyche sind beschädigt. Das ist sehr, sehr fragil und daraus kann alles Mögliche entstehen. Bevor wir jetzt auf die einzelnen oder die bekanntesten Autoimmunerkrankungen zu sprechen kommen, die Frage, bin ich dann selber schuld? Also am Stress, Stress kann ich mir selber machen. Folter als extremstes Stresslevel sozusagen, das mache ich mir nicht selber. Aber bin ich selber schuld, wenn ich an einer Autoimmunerkrankung erkranke? Ja, schwierige Frage. Die Frage nach der Schuld. Besser ist, wir ersetzen das mit die Frage nach der Ursache, weil wir fragen uns dann immer, warum ich und warum nicht die anderen? Also warum ausgerechnet ich? Schuld wäre zum Beispiel, wenn das durch Ernährung, wenn ich mich einfach krank gefressen habe. In gewisser Weise, ja, wir haben ja unsere Lebensweise letztlich, wir können unsere Lebensweise beeinflussen, wir müssen es nur tun. Und tatsächlich ist es so, ich erlebe viele Menschen, wo ich sage, ja, wäre schön, wenn du das gewusst hättest. Oder viele sagen dann, wenn ich das gewusst hätte, dann so ist es. Und dann wäre dieses Schicksal möglicherweise nicht eingetreten. Aber das ist ja dann vergossene Milch. Das Gute ist ja, dass man was tun kann. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns klar machen müssen. Eins muss man noch dazu sagen, diese, sag ich mal, diese Aggression gegen Angreifer. Das ist ja wirklich ein Immunsystem im Alarmbereitschaft. Das ist ja auch gut, das brauchen wir, weil wir sind Tausenden von Keimen ausgesetzt. Die wollen uns umbringen oder in uns leben oder attackieren und Krankheiten verursachen. Und deshalb brauchen wir wirklich ein Immunsystem, das an den Grenzen echt aufpasst. Aber bitte an den Grenzen nach außen und nicht in den Binnengrenzen. Die muss es nicht attackieren. Genau, das ist eben das Problem. Aber je älter ich werde, desto unschärfer wird dieses Immunsystem. Und je schlechter ich lebe, desto ungenauer wird es. Und es kann sein, dass ich durch mein Leben diese, sag ich mal, diese Entzündungsbereitschaft erhöhe. Und dann habe ich plötzlich nicht mehr Soldaten, die an der Grenze gründlich kontrollieren und patrouillieren, sondern ein paar Dussel, die alles Mögliche, eher wie so Revolverhelden, die erstmal losballern und dann fragen, was los ist. Und das ist genau die Situation mit meinem Leben. Kann ich dieses Militär an den Grenzen schüsselig machen, ungenau und vor allen Dingen überreaktiv, nervös quasi. Und dann wird geballert, was das Zeug hält und das brauchen wir nicht. Und dieses kann man auch wieder justieren. Man kann sie also wieder dazu bringen, dass sie ordentlicher funktionieren und wieder nur dann angreifen, wenn es ein klar erkennbarer Feind ist, ein Virus, ein Bakterium, was mir wirklich schadet. Und dabei spielt eben die Ernährung eine große Rolle. Natürlich auch Stress, Vermeidung, Achtsamkeit im Leben, Meditation, Sport wirkt auch entzündungsregulierend. Das ist total wichtig. Ruhe, Aufenthalt im Grünen, in der Natur. Und man merkt schon, das sind so lauter Sachen, die rar sind. Und das sind Dinge, von denen wir uns als Homo Sapiens entfremdet haben. Und das ist genau das Problem. Unser Leben, unsere Lebensumgebung ist für uns Menschen eigentlich lebensfeindlich, ohne dass wir es richtig bewusst machen. Wir merken es aber immer ganz schnell, wenn wir in einer lebensfreundlichen Umgebung sind, nämlich zum Beispiel irgendwie im Grünen oder mal in so einer ruhigen Atmosphäre. Dann merken wir das ja, es ist total wohltuend. Andersrum merken wir es nicht genug, wenn es sich stresst. Richtig, wenn wir so in der Stadt sind und es ist laut und der Verkehr und ich bin auf dem Steinplatz. Das ist ganz was anderes, als wenn ich im Wald bade. Oder da ist sogar die Sauna dann eben noch natürlicher, weil da haben wir diese natürlichen Gerüche. All das brauchen wir Menschen. Und da kommen wir her, wir kommen aus dem Wald. Das beruhigt uns. Jetzt würde ich doch gerne mal zu der Frage kommen, was sind denn die bekanntesten und verbreitetsten Autoimmunerkrankungen? Hashimoto hatte ich gerade schon. Genau, die Schilddrüsenentzündung. Diabetes Typ 1 nimmt übrigens auch zu. Besonders bei Kindern. Auch bei Kindern. Ja genau, also da gibt es auch verschiedene Mechanismen, die erforscht werden und Darmentzündung, beispielsweise autoimmune Darmentzündung, wo der Körper die Darmschleimhaut attackiert, aber eben auch entzündliche Erkrankungen sind beispielsweise auch Multiple Sklerose oder auch rheumatische Erkrankungen im großen weitesten Sinne. Schuppenflechte ist auch eine sehr, sehr häufige Hauterkrankung und vielen ist nicht bewusst, dass es sich da um eine rheumatische Erkrankung handelt. Jetzt ist Rheuma ja eine Erkrankung, die teilweise schon Kinder haben. Also gibt es denn ein bestimmtes Alter, in dem Autoimmunerkrankungen auftreten? Sie haben ja gesagt, im Alter wird das Immunsystem etwas weniger präzise, schlechter. Ja, genau. Also es gibt schon so ein klassisches Alter, vom jungen Erwachsenenalter bis zum mittleren Alter, wo Autoimmunerkrankungen häufiger auftreten. Das trifft dann immer ein wie der Blitzschlag ins Leben und ist entweder fürchterlich akut, das gibt es auch, oder langsam schwelend, dass Beschwerden bestehen. Und das ist ganz unterschiedlich. Wir haben manchmal so einen milden Verlauf, da wird es gar nicht richtig bemerkt. Und mir sagte einmal ein Rheumatologe, was ich ganz auch glaubwürdig finde, der sagte, von seiner Erfahrung ist es so, dass so wie die Krankheit beginnt, so geht sie auch weiter. Das heißt, wenn wir einen langsamen, milden Verlauf haben, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Hoffnung berechtigt, dass es vielleicht auch langsam milde verläuft. Das heißt, dann stirbt man vorher, bevor es schlimm wird. Ja, wir können ja heutzutage was tun. Man kann ja alt werden und dann ist, bei Prostatakrebs ist es doch oft so, dass man gar nichts mehr interveniert, weil der Mensch... Weil es milde verläuft. Genau. Also es gibt es auch bei Autoimmunerkrankungen. Es gibt auch bei Autoimmunerkrankungen milde, langsame Verläufe, chronische Verläufe oder eben auch mal akute Schübe oder sehr schwer verlaufende Autoimmunerkrankungen bis hin zu einer starken Lebensverkürzung, wo wir diese Attacken auf den Körper selber schwierig in den Griff bekommen. Aber da ist tatsächlich die Rheumatologie und das ist ja oder auch die Rheumatologie sehr viel weiter und hat wirklich sehr, sehr viele gute moderne Therapien an der Hand, die diesen Menschen wirklich dieses Schicksal auch ersparen hilft. Gibt es denn die schlimmste Autoimmunerkrankung und eine, die man lieber hat als eine andere oder die man leichter behandeln kann, wenn man sich eine aussuchen müsste oder könnte? Also zu den schlimmeren Autoimmunerkrankungen gehören auch Gefäßentzündungen oder Lupus erythomatodes beispielsweise als Lupuserkrankung. Das ist eine Hautgeschichte, oder? Ja, das kann, beim Lupus ist es so, dass der Lupus eben verschiedene Organbereiche treffen kann und wenn man Pech hat, attackiert dieser Lupus das Nervensystem, die Nieren, die Gelenke oder auch die Haut beispielsweise. Und es sind auch wirklich ganz skurrile Kombinationen da bekannt und das ist dann tatsächlich ein bisschen wie Roulette. Und solche Erkrankungen können, wenn sie schwerwiegend verlaufen, tatsächlich sehr, sehr, sehr aggressive Formen annehmen. Das ist dann schon schicksalshaft. Also deshalb ist es wichtig, sowas dann auch früh zu erkennen, richtig zu behandeln und in laufender rheumatologischer Betreuung zu sein. Ich nehme meine flapsige Bemerkung von vorhin sofort zurück, weil natürlich ist es nicht spaßig. Also in den seltensten Fällen verläuft das wahrscheinlich so langsam, dass man nicht doch ernsthaft daran leidet. Ja, natürlich, genau. Also Autoimmunerkrankungen sind schon immer ein schicksalshafter Einschnitt ins Leben. Sie haben ja die anti-entzündliche Ernährung in diesem Zusammenhang erwähnt. Was kann man denn mit Ernährung dann machen bei den einzelnen Krankheiten? Und gilt das sozusagen eine Ernährungstherapie für alle Autoimmunerkrankungen? Sagen wir mal so, die Basis der anti-entzündlichen Ernährung schon, das ist richtig. Das heißt, hier unterteilen wir wie so häufig auch die Ernährung. Also eine anti-entzündliche Ernährung besteht eben darin, Dinge, die entzündungsfördernd wirken im Körper, zu reduzieren oder wegzulassen. Und je schwerwiegender so eine Autoimmunerkrankung ist, desto strikter würde ich darauf drängen, diese Entzündungsförderer so weit es geht zu minimieren. Und auf der anderen Seite haben wir Lebensmittel, die wirken anti-entzündlich und die muss man mehr ins Leben bringen. Und die westliche Ernährung ist voller entzündungsfördernder Gewohnheiten und deshalb haben wir es da relativ leicht. Weil man muss, wenn man mal schaut, ja, wer viel schlecht macht, kann man auch viel mit der Ernährungsmedizin bewirken. Genau, kann viel Gutes tun, wenn man das Schlechte weglässt. Nun muss man dazu sagen, diese Autoimmunerkrankungen sind sozusagen ein Extrembeispiel von der Attacke des Körpers auf sich selber. Aber wir finden bei vielen Menschen, die gar keine Autoimmunerkrankungen haben, auch eine erhöhte Entzündungsbereitschaft. Da ist also eine schwelende, stille Entzündung. Das ist dann keine Autoimmunerkrankung, aber es ist eine schwelende, stille Entzündung. Und das betrifft einen Großteil der Bevölkerung, bedingt durch Übergewicht und durch falsche Ernährung. Das heißt, worüber wir jetzt heute sprechen, ist nicht nur für Leute mit einer Autoimmunerkrankung wichtig, sondern auch für alle Menschen. Weil es dann die stille Entzündung zurückdrängt. Und wenn ich in den Gefäßen stille Entzündung habe und überall im Körper stille Entzündung habe, dann altern wir einfach schneller. Und das heißt, eine anti-entzündliche Ernährung ist also eine altersverlangsamende Ernährung. Und worin besteht die eben? Es besteht eben wichtig, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis der letzten Jahre auch, dass wir eine sehr ballaststoffreiche Ernährung haben. Die Ballaststoffe direkt wirken im Darm anti-entzündlich. Wir wissen ja, dass im Darm sehr viele Immunprozesse, da ist sehr viel Immunsystem am Laufen, weil das ist ja eine Grenze nach außen. Weil wenn wir was auf die Haut tun, dann ist das zwar auch die Abgrenzung nach außen, aber wenn wir es essen, ist es ja noch viel schlimmer. Wenn ich jetzt irgendwas Schädliches esse, ist es ganz anders, es soll ja aufgenommen werden. Und die Darmschleimhaut ist ja viel empfindlicher als die Haut. Und wenn ich dort Keime drin habe oder Salmonellen, was auch immer, da muss viel Militär sein, um die Feinde zu sortieren. Und deshalb ist der Darm auch sehr wichtig. Also wir brauchen viele Ballaststoffe, daran krankt die ganze Gesellschaft. Und wir haben einen großen Mangel an gesunden Omega-3-Fettsäuren und das ist die zweite große Säule. Und da liegt es auch bei 80, 90 Prozent der Bevölkerung sehr, sehr schlecht aus. So, diese beiden Bereiche sind einfach wichtig. Dann haben wir ja noch sekundäre Pflanzenstoffe, die Pflanzen aromatisch machen beispielsweise, die Farbe geben, den Geruch geben, bei Knoblauch beispielsweise. Also das ist ja so ein wirklich anti-entzündliches Gewächs, die Lauchgewächse überhaupt. Das, was wir dann riechen, wenn wir Zwiebeln schneiden und was wir essen. Das Tolle am Essen von echtem Essen, das ist ja das, was auch bei uns gesundheitliche Wirkung entfaltet. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind das eben. Und dann sind es Antioxidantien, die auch eben in Pflanzen enthalten sind. Und Sie merken schon, das, was ich jetzt so erzähle, das sind überwiegend pflanzliche Dinge, die dabei eine wichtige Rolle spielen. Und das ist es auch. Wir haben eine pflanzenarme Ernährung und das rächt sich. Das rächt sich ganz besonders für die Empfindlichen in unserer Gesellschaft, die zu Autoimmunerkrankungen neigen. Das könnte den Ausbruch von solchen Erkrankungen fördern. Aber zum Beispiel auch gesunde Pflanzenöle wirken anti-entzündlich. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ich muss mal gucken, wenn das hier auf geht. Ah ja, die ganze Palette der Kräuter und Gewürze. Gottes Willen, die hätte ich jetzt fast vergessen. Also Curry beispielsweise. Sagen Sie jetzt irgendein Mittelmeerkraut und die Wahrscheinlichkeit, dass es anti-entzündlich wird. Oregano, das zeige ich jetzt mal. Rosmarin. Ja, genau. Also deshalb ist es so, dass... Thymian. Thymian, genau. Ich freue mich auch immer, wenn ich zum Beispiel mit Tarek Rose, wir kochen ja regelmäßig für Is Besser mit dem Ernährungs-Doc am Sonntagnachmittag. Und Tarek macht Petersilie immer. Ein ganzes Büschel. So ist es. Der macht eigentlich Petersiliensalat. Der war übrigens letztens auch bei uns zu Gast. Also schaut euch das gerne nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Der aßt mit den Kräutern. Also das ist eigentlich Kräutersalate und wenig anderes drin. Aber schmeckt super, das ist ganz wichtig. Also Gewürze, Curry, Kurkuma, Chili. Ja, das ist... Also so. Jetzt muss man dazu nochmal sagen, dann haben wir auch eine Reihe von Früchten, die anti-entzündlich wirken. Aber das sind ausnahmslos zuckerarme, wie zum Beispiel Sauerkirschen. Oder auch Himbeeren, Blaubeeren, aber auch Erdbeeren fallen in die Kategorie. Und da muss ich nochmal sagen, also im Sommer, wenn die Sauerkirschen reif werden, ist es schwierig, Sauerkirschen zu bekommen. Und ich muss nochmal sagen, liebe Bauern, baut mehr Sauerkirschen an, bietet es an. Ich habe aus dieser Not heraus jetzt schon selbst zwei Bäume gepflanzt bei mir. Wartet darauf. Vielleicht lassen die Vögel ja ein bisschen was übrig im Sommer für Sie. Sauerkirschen lassen Sie eher übrig. Ich habe auch einen Süßkirschbaum, da komme ich immer viel zu spät, aber immerhin. Und diese Sauerkirschen haben eine viel bessere anti-entzündliche Wirkung. Und ganz ehrlich, so sauer sind die gar nicht. Nee, also ich habe jetzt letztens gerade tiefgekühlte gekauft und nur ganz, ganz Prise Zucker rein, die sind super. Ich mag es sowieso ganz gern, wenn es ein bisschen sauer ist. Also ich mag einfach solche Früchte, ich mag auch bitteres Gemüse, bittere Salate. Ja, auch die sind günstig, ja, tatsächlich. Und Sanddorn fällt mir beispielsweise ein, der jetzt von einer sonderbaren Krankheit befallen ist und also in den Anbaugebieten im Osten da langsam wegstirbt. Der wird ja nicht mehr lange da sein. Also, dieses ganze Sammelsurium aus der Pflanzenwelt, das Einzige, was aus der Tierwelt kommt, sind eben die Omega-3-Fettsäuren, die Fischöle im Lachs beispielsweise. Aber, da muss man dazu sagen, der Lachs hat ja diese Omega-3-Fettsäuren am Ende über Kleintiere, die Plankton fressen, das Plankton frisst dann auch Algen, ist eigentlich letztlich auch pflanzlich, ist von den Algen geklaut. Ja, so ein Fisch, der Fisch klaut es von den Algen und am Ende ist das alles aus dem Pflanzenreich und das betont auch nochmal, dass unsere Herkunft tatsächlich sehr pflanzenbasiert ist. Ja, wir sind eigentlich im Ursprung Pflanzenfresser und das habe ich auch schon mal dargestellt bei dem Konstrukt der artgerechten Ernährung, was müssen Menschen essen, pflanzenbasiert. Wir sind bis vor zwei Millionen Jahren Pflanzenesser geworden und das merken wir an unseren Stoffwechselbedürfnissen noch. Und wenn wir zu sehr in den tierischen Bereich abwandern, mit Arachidonsäure beispielsweise im Schnitzel, im tierischen Fett, das ist eine Fettsäure, die stark entzündungsfördernd wirkt. Und ich habe Patienten, die sagen, die kommen dann, das ist ganz klassisch, die sagen, immer wenn ich so eine Schweinswurst oder zwei gegessen habe, habe ich es in den Gelenken gemerkt. Das kriegt man immer zu hören, wenn man es hören will und es gibt immer noch Rheumatologen, die sagen, ja das ist Zufall oder so. Nein, das ist kein Zufall. Wenn wir die Patienten anti-entzündlich behandeln, dann erleben wir sehr häufig, dass die Beschwerden weniger werden. Und wenn ich das jetzt sage, weiß ich, ich muss jetzt was dazu sagen, weil sonst kriege ich wieder Mails. Also ich kriege dann Mails, wenn ich sage, die Ernährungstherapie, die anti-entzündliche Ernährungstherapie bei Autoimmunerkrankungen hat einen positiven Effekt. Dann heißt es, nein, wieso bist du gegen moderne Medikamente? Nein, bin ich nicht. Ernährungstherapie ist eine adjuvante, eine ergänzende Therapie, die dazu führen kann, dass wir weniger Medikamente brauchen. Das ist das Erste. Das Zweite ist. Dann wird gesagt, ja, das steht ja gar nicht in den Leitlinien. Und dann sage ich, ja, das stimmt, das steht nicht in euren deutschen Leitlinien, das steht aber in den französischen Leitlinien beispielsweise. Es steht in anderen internationalen Leitlinien auch drin. Also sind wir einfach noch nicht so weit. Genau, dann bitte mal da reingucken, liebe Kritiker. Und es steht auch in den Leitlinien der Ernährungsmedizin. Und bitte, das ist meine Bitte, nehmt die Ernährungsmedizin ernst, guckt mal an, was die Ernährungsmedizin verantworten hat. Es geht um den Patienten, es geht nicht um irgendeinen Fachstreit, sondern es geht darum, das Beste für den Patienten rauszusuchen und nicht nach dem Motto, ich mache das seit 20 Jahren so, jetzt kommst du daher, Ernährungsmediziner, und kommst dir mit solchen komischen Tipps. Und hier wieder auch, hatte ich schon mal gesagt, Neues in der Medizin braucht eine Medizinergeneration, um in den letzten Winkel vorzudringen. Und deshalb einfach tatsächlich offen zu sein. Und der nächste Punkt ist, auch wenn wir im Einzelnen noch nicht die Studienlage haben, die beweist, die die Wirkung beweist, so sehen wir es in der Anwendung bei den Patienten, dass es Besserung bringt, das ist das eine. Und dann sagen die Kritiker natürlich, ja, Einzelbeispiele. Nein, wir haben ganz viele von diesen Einzelbeispielen. Und wer damit arbeitet, wird diese Erfahrung auch machen. Und solche Studien werden wir, also wir haben einige Studien, die deutlich in diese Richtung weisen. Aber das, was wir an großen, teuren Medikamentenstudien haben, das werden wir in der Ernährungsmedizin so nicht haben. Wer soll es bezahlen? Der Staat, die Gemüsebauern oder sonst wer? Es wird keiner bezahlen. Und wenn man sagt, nein, 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 Moment, deine Ernährungsmedizin setze ich erst ein, wenn du mir eine Studie mit 20.000 Leuten Doppelblindversuch präsentierst. Und dann muss ich sagen, wie soll ich denn jetzt einen Doppelblindversuch mit Lachs und Gemüse machen? Was biete ich dem, der Lachs und Gemüse nicht bekommt denn an, damit er gar nicht merkt, dass er keinen Lachs und kein Gemüse bekommt? Nein, wir haben Bevölkerungsstudien, wo wir einfach sagen können, wer viel Lachs isst, hat ein geringeres Risiko. Darum geht es doch. Und am Ende ist es so, die Ernährung, die ich hier empfehle, hat keine Nebenwirkungen. Also im schlimmsten Fall ist die Ernährung gesünder und die Autoimmunerkrankung genauso schlimm wie vorher. So, aber ich habe keinen Schaden angelegt. Man kann Autoimmunerkrankungen, wenn man sie schon hat, begünstigen, indem man sie abschwächt. Man kann einen Hashimoto aber nicht mehr heilen. Nein, also wenn das Ganze im Laufen ist. Aber beim Hashimoto geht es um Folgendes. Da geht es auch darum, die entzündliche Reaktion des Körpers abzumildern. Es ist leider schon eingetreten. Das ist ein Versuch. Aber man kann es eben verbessern. Richtig. Aber die Auswirkungen gerade bei Hashimoto sind ja, wenn es später in die Schilddosenunterfunktion geht, auch die Gewichtszunahme zu regulieren. Da gibt es sozusagen schon zwei Indikationen dafür. Ja, herzlichen Dank. Das war sehr interessant. Ah, eines habe ich noch vergessen. Ah, eins habe ich noch vergessen. Ich überziehe ihn schon wieder. Nein, aber eins nochmal so. Auch es scheint, also es verhärtet sich die Datenlage für Vitamin D, dass man sagt, also der Vitamin-D-Spiegel bei Autoimmunerkrankungen sollte im Normalbereich sein. Ich rate da auch eher zum etwas höheren Normalbereich, nicht zu hoch. Da kennen wir die Grenze nicht. Aber die Hinweise darauf, den Vitamin-D-Spiegel normal bis hochnormal einzustellen, nicht zu hoch, vielleicht 40, 50, 60. Und auch das zu messen. Es ist wichtig, das zu messen. Das gehört dazu. Auch zu schauen, wie ist der Omega-3-Index, wie ist die Fettsäureversorgung. Und dann kann man feststellen, ist da ein Mangel, muss ich es ergänzen mit Fischöl oder Algenöl. Und darunter merken wir sehr häufig, dass diese Autoimmunerkrankungen besser werden. Rheumatische Erkrankungen eher als jetzt beispielsweise gewebliche Entzündungen, wie zum Beispiel der Lupus. Das ist auch eine Kollagenose, so heißt das als Überbegriff. Die reagieren nicht ganz so gut darauf, aber eine Idee ist es immer. Und wir versuchen, die Omega-3-Fettsäureversorgung sehr, sehr, sehr hoch normal einzustellen, also im oberen Bereich. Das ist eine Empfehlung, die häufig auch gute Effekte bringt. Herzlichen Dank. Wir haben heute auch wieder einen Ernährungsmythos und etwas, was glaube ich unausrottbar ist. Nämlich ins Nudelwasser muss ein Spritzer Öl. Ja, das wollen wir jetzt mal ausrotten. Nein, ins Nudelwasser muss kein Spritzer Öl. Wir wollen ja, wir wollen, dass die Nudeln nicht verkleben. Das erreiche ich einfach, dass ich einen großen Topf nehme, viel Wasser reintue, oben noch ein bisschen Luft lasse und immer mal umrühren mit einem Holzlöffel und dann verklebt auch nichts. Aber es ist auch nicht ungesund, wenn ich es trotzdem tue. Ja, es ist für die Aufnahme nachher von Gewürzen sogar eher von Nachteil. Ich würde es nicht tun. Wir haben auch wieder Post von euch gekriegt und wollen natürlich wieder ein paar Fragen beantworten. Da haben wir zuerst Christina, die uns schreibt, das passt heute auch wirklich gut zu unserem Thema. Ich leide schon seit längerem an einer Schilddrüsenunterfunktion und diese hat sich leider mittlerweile zu Hashimoto weiterentwickelt. Obwohl ich sehr auf gesunde Ernährung achte, mit täglich Gemüse und Obst, jeden Tag Nüsse esse und einen bewussten Eiweißkonsum habe, kaum Zucker esse und maximal drei Mahlzeiten, habe ich oft mit Infekten zu kämpfen und habe vor allem kaum Energie. Wenn ich ungesund esse, wie ich es dann doch manchmal am Wochenende tue, geht es mir am nächsten Tag manchmal richtig schlecht. Interessant, ne? Aufstimmungsmäßig. Entschuldigung, das ist interessant. Also die Auswirkung und das ist nochmal solche, da bin ich sehr dankbar, wenn die Patienten sowas sagen und auch jetzt die Hörerinnen. Das zeigt auch nochmal, die merkt es ja. Entschuldigung. Ne, alles gut. Also Christina schreibt weiter, trotzdem versuche ich jeden Tag zumindest 30 Minuten Sport einzubauen. Ich bin 36, 1,75 groß und wiege 65 Kilo. Meine Blutwerte lasse ich regelmäßig checken und ich gehe auch zur Vorsorge. Soweit alles in Ordnung. Ich kompensiere derzeit nur Vitamin D und Omega 3. Habe leider mit erhöhtem Cholesterin zu kämpfen. Der Wert ist immer im oberen Bereich. Seitdem ich Nüsse besser, hat es sich etwas gebessert. Was kann ich noch mehr tun, damit ich vor allem Energie bekomme und meine Abwehr stärke? Ich nehme an, dass vieles mit Hashimoto zusammenhängt und habe eingelesen, dass die Einnahme von Aminosäuren helfen soll. Was halten Sie davon? Ja, um mit dem letzten gleich anzufangen, also eine ausgewogene Ernährung, da brauchen wir keine extra Aminosäuren-Supplementation. Mir ist sowieso immer der Gedanke, ich habe was, was gibt es da für Supplemente. Das ist mir sehr suspekt, weil die erste Aufgabe, die wir zu tun haben, wir sagen, mal gucken, ist die Ernährung gesund. Und das ist bei Autoimmunerkrankungen essentiell. Sie hat hier eine Hashimoto-Erkrankung, die im Endstadium dann diese Entzündung hat, die Schilddrüsenfunktion ruiniert. Sie sind dann in der Unterfunktion, das muss man dann ausgleichen. Wenn dort noch Autoimmuneprozesse laufen, ist eine anti-entzündliche Ernährung sicher gut, das ist richtig. Mit den Dingen, die wir vorhin skizziert haben, also Gemüse, pflanzliches Eiweiß, Antioxidantien, auch Selen nochmal. Also ein, zwei Paranüsse beispielsweise pro Tag, das wirkt in diesem Zusammenhang auch gut. Das heißt, wir brauchen, der Körper muss versorgt sein mit allem, was er braucht und das mit der anti-entzündlichen Überschrift. Das ist ganz wichtig. Ballaststoffe, auch Probiotika, das ist toll. Kefir, also Fermentiertes, das ist total wichtig. Und ja, das als wichtige Maßnahme und wenn man sich noch ein bisschen näher informieren will. Wir haben auch bei den NDR Ernährungs-Docs diverse Fälle gehabt, auch Hashimoto. Da einmal gucken unter NDR Ernährungs-Docs Hashimoto, da gibt es Ernährungsempfehlungen, die das nochmal ausführlicher machen. Ich würde aber immer, wenn noch weitere Probleme bestehen, wie zum Beispiel Gewichtsentwicklung, dann würde ich auch immer dazu raten. Wobei die hier unbedenklich scheinen, oder? 65 Kilo auf 1,75 bei 36-Jährigen. Nein, genau, hier ist das in Ordnung, aber bei den meisten kommt das mit der Zeit. Dann sollte man sich in eine fachliche Betreuung begeben. Hier muss das nicht unbedingt sein, aber man könnte es machen, aber hier, sie merkt ja hier die Auswirkungen vom Essen auf ihre Psyche und ihre Wohlbefinden. Und da ist es halt so, und das ist jetzt wichtig, je besser meine Grundernährung ist, desto mehr toleriert der Körper auch mal Scheiß, sage ich mal so unter uns. Wir sind hier ganz unter uns. Wir sind ganz unter uns. Wir sind ganz unter uns hier drin. Genau, wir können jetzt mal so, ja, also ist es so, je besser, also je besser ich auf Kurs bin, ja, desto geringer die Auswirkungen. Und deshalb schon, sage ich mal, gerade bei so einer Autoimmunerkrankung einfach sagen, ich versuche das richtig gut einzujustieren. Und dann ist mal so ein Tag, wo es nicht gut läuft, nicht so schlimm und bringt nämlich aus dem Ruder und wirkt sich auch nicht so auf die Psyche aus und das Wohlbefinden. Wie so ein Dampfer, wenn dann mal so ein Lüftchen kommt in Form von Chips oder, keine Ahnung, Franzbrötchen, Croissant, halte ich das immer noch gut aus. Und da auch nochmal vielleicht unterstützen, wenn man sich nicht in eine Fachbetreuung begeben will, es selber machen will, auch nochmal seine Ernährung in die MyFoodDoctor-App eingeben, um zu gucken, bin ich auf Kurs, ja, und wo bin ich noch nicht auf Kurs. Und das dann auf Kurs zu bringen, mit dem Coaching-System dabei, um dann, sage ich mal, besser zu laufen, weil was kriegt man dafür? Man kriegt eine bessere anti-entzündliche Wirkung, kontrolliert sein Gewicht gut, es geht einem besser und all along wirkt sich das auch noch auf die Lebenserwartung aus. Die ist übrigens nochmal, muss ich nochmal sagen, in Deutschland ganz schlecht, ja, also, Leute, wir müssen am Essen drehen, wenn wir nicht weiter, ja, sage ich mal, in der westlichen Welt die Loser sein wollen. Samuel hat uns aus der Schweiz geschrieben, und zwar, er schreibt, bei jemand aus der Familie wurden Polypen in der Blase gebildet oder festgestellt. Diese Person ist so leidlich gesund, würde ich mal sagen, nach dem, was er beschreibt. Also, es ist schon auch viel Gemüse dabei, aber manchmal gibt es dann eben auch Pizza und Salami mit Käse und ich weiß nicht was und Tomatensauce, Vollkornbrot mag die Person auch nicht so gern. Und, ähm, also das, sie isst Fruchtmüsli und tut dann Früchte rein, ist alles nicht so ganz perfekt wahrscheinlich. Und, ähm, jetzt ist die Frage, ähm, ob diese Person, die sich offenbar über Jahre immer die, ähm, Haare gefärbt hat, ob dadurch vielleicht diese Polypen ausgelöst werden können. Das klingt erstmal ganz sonderbar, aber ist es vielleicht gar nicht, oder? Ja, schwierig zu sagen. Ähm, einmal gibt es wahrscheinlich eine genetische Disposition, wie wir sagen, das heißt empfindliche Leute. Aber wir wissen, dass, ähm, Blasenpolypen durch Einwirkung von Chemikalien, Chemiearbeiter beispielsweise haben das, ich weiß jetzt nicht, ob die, da kenne ich keine Untersuchungen, äh, drüber, ob Haarfärbemittel, äh, die Aufnahme von Haarfärbemitteln tatsächlich am Ende die, 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 die Blase, Blasenkleinwand schädigen können, ist mir nichts bekannt. Aber letztlich Chemie muss den Körper wieder verlassen, wenn es über die Niere passiert, dann sammelt sich die Chemie in der Blase und hat Kontakt mit der Schleimhaut. Das betrifft Raucher, das betrifft Menschen in der Chemieindustrie, die mit, mit Chemikalien Kontakt haben, ähm, ähm, aber wir wissen auch, dass wenn Menschen wiederholte Blaseninfekte haben, dass die Chemikalien, die dort bei dieser Entzündung entstehen, oder auch die Bakterien selber, die Schleimhaut, äh, in dem Sinne, ähm, ja, prägen, dass dort leichter, äh, äh, Blasenpolypen entstehen. Nun muss man dazu sagen, Blasenpolyp hört sich ja so niedlich an, ist es aber nicht. Die meisten Blasenpolypen sind Krebs, beziehungsweise werden Krebs. Man muss sozusagen ein Blasenpolypen abtragen und so behandeln, als wäre es Krebs gewesen, das heißt immer wieder nachkontrollieren. Das ist total wichtig. Und jetzt die Frage, was kann ich da mit Ernährung machen? Natürlich geht Ernährung, wenn man zu wiederholten Blasenentzündungen neigt, geht es darum, eine Ernährung, die Blasenentzündung verhindert zu machen. Das gibt es, weil wir, wir kennen Menschen, die vermehrt Blasenentzündung haben oder, oder Nasennebenhöhlenentzündung. Und dort gibt es eine Ernährung, die das Immunsystem eben auch verstärkt. Das gibt es, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, viel trinken hilft da natürlich auch bei. Aber insgesamt ist es so, dass wir natürlich mit der Ernährung eine Neigung zu Blasenkrebs schon in dem Sinne beeinflussen können, dass sie einfach mega gesund ist und antikrebsmäßig ist. Das heißt, je weniger entzündlich ich im Körper, also mein Immunsystem agiert, desto besser auch für letztlich auch die Krebsentstehung. Aber da ist die Datenlage sehr dünn. Aber am Ende ist es so, unser Immunsystem muss solche Entartungen richten. Und je mehr ich mein Immunsystem unterstütze, desto besser, denn solche Fehlbildungen müssen erkannt werden und früh beseitigt werden. Und wenn der Körper diesen Moment verpasst, dann entwickelt sich eben auch Krebs. Dann haben wir noch mehrere Fragen zu Florian, die sich aber, glaube ich, relativ gut und kurz beantworten lassen. Florian sagt, ich habe noch Probleme, Hülsenfrüchte regelmäßig in die Ernährung einzubinden, außer Erbsen oder Linsen mit Spätzle. Also offenbar kommt er irgendwo aus dem Schwabenland. Und es gibt ja jetzt Nudeln aus Hülsenfrüchten. Und er würde jetzt gerne wissen, wenn er diese Pasta aus Hülsenfrüchten isst, zählt er das als Gemüse oder als Hülsenfrüchte? Gute Nachricht für Florian. Ja, Florian, das zählt als Gemüse. Ist für Gemüse, ja, für Leute, die Gemüse nicht gerne essen, tatsächlich eine Möglichkeit. Ich hatte ja auch schon mal so einen grünen Smoothie vorgestellt, mit Zitrusfrüchten, Apfel und mit Gurke oder Felsalat. Das war ja eine fruchtige Sache mit Kräutern. Da kann man auch mal schnell 150 Gramm Gemüse trinken. Also Florian, das wäre auch nochmal was für dich. Aber ja, ganz klar, klare Antwort. Diese Hülsenfrüchten, Nudeln, die sind anrechenbar. Dann hat er eine Frage zu Joghurt und Kefir. Und zwar sagt er, ich lese da immer unterschiedliche Dinge. Und er würde jetzt gerne wissen, ist Naturjoghurt griechischer Art aus dem Supermarkt und Kefir mild aus dem Supermarkt genauso gesund wie selbstgemachter Joghurt und Kefir? Und er hat nämlich gelesen, dass an diesen Supermarktprodukten kaum noch Mikroorganismen enthalten sind. Also gesünder, wer die Nerven hat und die Zeit. Mein Kefir krepiert meistens immer, weil ich dann doch mal eine Woche oder zwei weg bin. Oder ich vergesse ihn dann umzufüllen. Ich bin mehrfach mit Kefir gescheitert. Aber wer die Möglichkeit hat und die Ruhe, Joghurt selber zu machen, Kefir selber zu machen, bitte unbedingt, weil es ist besser. Wir haben den Zuckergehalt in der Hand. Wir haben die Qualität in der Hand. Es ist frisch. Es ist wirklich super selber fermentiert. Und unbedingt auch ein klares Ja. Und wenn ich es aber, wenn er so, er sagt ja, ich habe ja nicht die Zeit, alle Produkte immer selber zu machen. Ja, das ist das Problem. So geht es mir ja auch. Dann lieber das aus dem Supermarkt, es ist gar nicht zu essen? Dann lieber das aus dem Supermarkt, es ist gar nicht zu essen. Darauf achten, was haben die da reingemacht? Also haben die da Zucker reingemacht und da tatsächlich auf die wirklich Ungesüßten zurückzugreifen und was auch immer eine gute Idee ist. Bio-Joghurts, da ist dann die Qualität häufig noch ein bisschen höher. So mache ich es. Und dann eine letzte Frage zum Thema Zwischenmahlzeiten. Wirkt Kaugummi kauen, also Kaugummi mit Süßstoff als Zwischenmahlzeit oder ist das unbedenklich? Es ist keine Zwischenmahlzeit, aber es ist nicht unbedenklich, weil wenn ich da Süßstoff drin habe, dann nehme ich diesen Süßstoff zu mir. Und der Süßstoff kann die Darmflora verändern, ungünstig. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Mehrfach? Das will ich jetzt nicht nochmal wieder. Ja, aber... Und es gibt auch Süßungsmittel, die zu Blähungen führen, Sorbit beispielsweise. Und das kann man auch merken. Insofern, also ja, es ist keine Zwischenmahlzeit im Sinne vom Intervallfasten, aber es bleibt nicht ohne Folgen manchmal. Welcher Kaugummi ist eigentlich überhaupt empfehlenswert dann? Ach, schwierig, ja, ganz schwierig. Es gibt so richtige Gummi, Urgummi, Kaugummis, die schmecken auch relativ neutral und die gehen auch nie kaputt. Die kann man... Ja, das habe ich mal gelesen. Ja, die sind teuer. Und dann Tischkleber wieder vorkramen und wieder weiterkauen. Genau, die kann man in seine Schnupptabakdose tun und dann wieder hervorholen und weiterkauen. Die nutzen nicht ab. Dadurch relativiert sich der hohe Preis auch wieder. Kann man mal ausprobieren. Kann man auch lassen, oder? Ja, ich habe es auch ausprobiert. Meins ist eher nicht so, aber ist relativ hart, ehrlich gesagt. Macht, wie ihr denkt. Probiert oder lasst es. Was wir aber wahrscheinlich probieren sollten, ist irgendwie ein neues Rezept. Sie haben uns ja wieder was mitgebracht heute. Ja, also zu dem Thema habe ich tatsächlich wirklich genau passend. Ich habe mich mit Johann Lafer mich hingesetzt und mir geht es ja um die Kombination von Kulinarik, die ja Johann vertritt. Absolut. Und halt dem Gesunden von Kulinarik und Medical. Und aus der Reihe Medical Cuisine, das Anti-Entzündungs-Kochbuch. Und darum geht es genau. Das ist eben nicht nur ein Kochbuch, um die Entzündung, die stille Entzündung im Körper für alle, die gegen das Alter was tun wollen, vorzugehen. Aber auch für Autoimmunerkrankungen. Und da habe ich jetzt was rausgesucht. Sie werden sich wundern. Guck mal. Muss ich wieder Smoothie trinken oder kriege ich mal? Oh, es gibt was Richtiges heute. Pommes, ja. Also da würde man jetzt denken, Moment. Ganz mein Geschmack. Was ist da falsch? Pommes, ja. Bei anti-entzündlicher Ernährung, wenn ich jetzt in die Frittenbude gehe, sind denn Pommes anti-entzündlich? Nein, das sind sie nicht. Das sind auch keine klassischen Pommes. Das ist ganz mein Geschmack. Genau, das ist es nämlich. Und zwar, bei Kartoffeln ist es immer das, was man draus macht. Und die sind immer so gesund, wie man sie einfach verarbeitet. Und hier haben wir eben ganz toll die Pommes entweder im Backofen oder in der Heißluftfritteuse verarbeitet. Die Kartoffeln. Entschuldigung. Genau. Die Kartoffeln im Backofen oder in der Heißluftfritteuse verarbeitet. Und damit ist das Öl nicht so stark erhitzt und weiterhin gesund. Kann seine anti-entzündliche Wirkung entfalten. Und wir haben hier Cashew-Nüsse beispielsweise auch mit dabei. Und wir haben Olivenöl, können wir dazu tun. Pfeffer, Knoblauch, ja. Und Limetten, Hefeflocken, Kurkuma, anti-entzündlich, Paprikapulver, Tomaten, Avocado, auch mit gesundem Öl dabei. Und Koriander war so ein ganz klassisches anti-entzündliches Ries. Darf ich auch weglassen, weil ich mag ihn immer noch nicht. Die gehören zu den, genau, die ist nicht. Ich liebe Koriander. Und das kriegt halt diese wirklich ganz tolle Note. Das ist Geschmack pur. Dann haben wir noch Jalapeño-Schoten dazu. Also ein Geschmacksfeuerwerk. Dadurch wirkt das durch die Komponenten anti-entzündlich. Das sind Loaded Fries. Aber ich habe auch noch andere tolle Sachen da drin. Zum Beispiel, wer jetzt nochmal einen toppen will, Gemüse-Fries. Da nehmen wir einfach Gemüse und verarbeiten es wie Kartoffeln. Und das ist dann sogar nochmal die Steigerung. Und Johann und ich haben uns hingesetzt und haben gesagt, wir wollen die Leute abholen, von wo sie herkommen. Sie kommen von Pommes. Sie kommen von Steak. Und wir machen in mehreren Schritten das Essen immer gesünder. Und hier sogar Kartoffeln nochmal ersetzt durch Gemüse. Ja, und so wird es mit jedem Schritt etwas gesünder. Jeder findet sich da wieder. Und der totale Pommes-Frit-Freund ist erstmal mit den Loaded Fries gut bedient. Aber später sind das hier die Gemüse-Fries, nachher die hohe Schule. Und so kann man die Gemüse-Muffel und die Anti-Entzündungs-Muffel langsam überzeugen. Und das war unsere Idee dabei. Holt die Leute ab, holt sie beim Schnitzel, holt sie bei den Pommes ab, bei den Nudeln. Und wir machen es gesünder. Ich bin dabei. Ich würde beides jetzt sofort essen. Aber leider ist Tariq Rose nicht hier und hat uns nichts mitgebracht heute. Ja, wir haben heute leider nur ein Rezept. Heute haben wir ein Rezept für euch. Und das könnt ihr nachkochen. Es ist wirklich einfach und es wird köstlich schmecken. Wir probieren es alle aus. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder für dieses Mal. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, dann schaut gerne auf den gängigen Plattformen. Ihr könnt alles nachgucken, nachhören. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ja, und wenn ihr noch mehr Informationen wollt, aktuelles, dann folgt mir, Dr. Matthias Riedel, auf Insta oder Facebook oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Und da gibt es regelmäßig tolle Tipps und Neuigkeiten, Trends, Bewertungen, was ist gut und was ist nicht so gut. Schaut rein. Und natürlich seht ihr diesen Podcast auf YouTube. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr mich live auf der Bühne sehen wollt, dann kommt zu den Ernährungs-Doc-Live-Shows. Die sind im April in Flensburg, Lübeck, Hannover und Düsseldorf. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder bei Eventim im Internet. Und dort mache ich den ganzen großen Ritt mal und es können auch Fragen gestellt werden. Also alle werden motivierter wieder rauskommen, jetzt das Richtige zu machen und anzufangen. Die nächste Folge vom Ernährungs-Doc hören Sie am Montag in zwei Wochen.